meine freunde willkommen zu einer runde von der ultima stinger tools mit mir dem timo guten tag ja ich habe morgens mal wieder geupdatet wenn es funktionieren würde die vor laut genau dann kommen wir mal kurz hier reingucken und dann haben wir jetzt hier bei anderen materials auch korrekt die environment attack quests angezeigt ganz recht so dann gucken wir aber da würde ich jetzt noch nicht weitermachen weil dafür brauchen wir noch ein bisschen was an energie weil das bekommen da noch mal er erlaubt bei dir aber noch möchte ich damit eigentlich nicht anfangen sondern was war hier genau eins leiden und ein liebter wird und deren genau euch platinum was ja auch noch nicht generiert wurde ja m3 es würde ich aber eigentlich jetzt mal in richtung müsste die ecke kalt zu gehen das heißt ich brauche erst mal ein in christel ne dafür brauche ich das ist ja egal wobei die erst mal das problem wird die erst genau das war das problem das war das problem ja gut wir gehen doch ich wollte er wollte um einer was halt nicht eben die stark wobei dann bist du lappend mit den davon powern m aber man hat hier jetzt genau brauchen wir erstmal antworten meiner kunden wollte meiner kontroler m gold einer controller augen wir da dann brauchen wir es doch selbst hier waren genau auch start zur panel und zwar zwei laser kurs und eine laser lens so perfekt gut wir fangen mit dem volt ohr meiner controller an da brauche ich halt auch die ja geil und auch noch mal eine lens ok wir kommen doch nicht warum wir müssen mal wieder fahren gehen ja da gehen wir gleich in richtung keine ahnung was platin weil wir brauchen die dacke von klar um platten würden wir zwischen ihnen alle eigentlich überall achten die zwischen 5 und ich will zu der höhe 5 und 16 finden natürlich jetzt die karte nacht nicht so schön ich füge mal kurz unsere ähm kaktin er braucht auch wieder viel lithium und da brauchen wir ein paar abstoffen wie man weiß so warte ich nicht drin hier m genau immer kurz pennen und dann gehen aber kurz ein bisschen auf meinen Tour wie gesagt er hat das ordentlich wie gesagt platino finden wir auf den höhen zwischen den höhen 5 und 16 was kann ich aber platin das auch aus irgendeinem anderen erzhaus bekommen würden also die questfragen eh ein platino aber äh platin da sehen sagen wir mal pulverweist platinum pulverweiser aus nickel zu 10 prozent und iridium aber ähm auch eben krascher können wir rausbekommen ein kräftigen platin ich hab jetzt aber nichts nur an dich kein blaues in auf den ersten blick alle wie gesagt das ordentliche ja mal wieder ein bisschen in die richtung ein kümmer ich bin mit dem mieter entsteht man genau da war mit dem hatte ich schon geblendet hatte ich den schon glaub schon oder also erztechnisch wohl nicht da habe ich ihn ausgelassen ich glaube den habe ich ausgelassen alles nett aber ich habe jetzt eh erstmal nicht zum hochbau aber ich glaube doch dann habe ich gefunden naja nur die ärzte hier außen nicht das wird sich jetzt auch für ihn verändern auch die zwei jetzt nicht unbedingt aber was man hat hat man was man hat oder kann man auf jeden fall immer gebrauchen und was man hat hat man so würde ganz gern natürlich wieder in neue generierten chance gehen dieser denke wir ganz verständlich weil nur da dann auch Platine das ist nicht gut ich habe kaum essen scheiße ähm machen wir mal schlugt gehen nochmal kurz nach hause noch mal ein bisschen mehr essen hatte ich nicht die Zeit oder bin ich jetzt gerade komplett komplett bin ich jetzt komplett wenn ich hier nicht ich hab doch kein Satchels kein Plan wenn ich dann habe ich doch mir mal erstmal reingelegt oder bin ich hier gerade hier habe ich noch Scheiße drin Naja ähm der Sobi kann ich mir nochmal durch danke dafür ähm genau und ich habe auch noch irgendwo wo Doppel 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 das und ähm ja ab zur Schlucht ist auf jeden Fall ein grandioses Haus zum Reingehen ja ja mal weil was ich hier gesehen habe ist mal wieder Sertus Quarz also würde man auch nicht vergessen, Chart, Chart und Quarz brauchen wir auch auf jeden Fall also das ist auf jeden Fall sehr wichtig ich habe ja ich würde sagen wir gehen dann einfach mal irgendwo runter wo es sich anbietet mit da haben wir auf jeden Fall im Ferium Ohr nehm ich auch immer sehr gerne mit jetzt glaube ich recht verständlich out ja dann geht es weiter runter da weil ich jetzt so hier an Ersten finde ich nehme ich einfach mit ohne jetzt groß übernach zu denken was mein Weg ist halt einfach mal genau genau da wenn ich jetzt hier aber angeeigneten Punkte zum Hammer auspacken den wir hier hätten wenn ich eigentlich auch dringend mal abgeladen Inferium-Ohr, sehr schön. Wie gesagt, ich würde später vielleicht auch noch ein bisschen auf Ohrpflanzen gehen, ne? Deswegen kann man Inferium auch auf jeden Fall gebrauchen. Wenn man hier beim Lavasee irgendwas interessantes. Ne, ist halt nicht so. So. Ah. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ähm, falsch. Und Emerald. Oh no. Perfekt gut. So. Da machen wir hier mal kurz einen ersten Rucksack. An der Stelle. Okay. Ja, und dann haben wir jetzt hier auch schon wieder ein Lavasee. So, aber das wäre dann auch für die heutige Folge. Kriegst du auch rum, finde ich. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschöpidö. und... Äh, lol. Keine Ahnung warum. Ja, klar. Tschau. Untertitelung. BR 2018